Seid recht herzlich willkommen zu diesem Böllervergleich, liebe Pyrofreunde. Heute möchte ich euch mal die stärksten Böller zeigen, die es aktuell auf dem Markt gibt. Stand dazu Sommer 2018 und vertreten sind natürlich Funke Böller in F2 und P1. Es ist die King dabei, es sind die Cobra Böller in verschiedenen Ausführungen von de Blasio Elio dabei. Also wirklich alles Top Premium Ware und ich hoffe ihr habt ganz viel Spaß bei diesem Video. Spannungsgeräusche BANG! Oh! BANG! Bis zum nächsten Mal.